Willkommen zurück zum Dorian Gray Syndrome. Wir haben jetzt fleißig gebastelt und sind verhältnismäßig schnell durchgekommen. Wenn man sich nicht so aufs Quatschen konzentrieren muss, dann geht es auch wesentlich schneller, habe ich festgestellt. Ja, es hat fast schon Spaß gemacht. Genau. Wir haben uns jetzt das letzte Teil quasi übrig gelassen, damit wir es nicht aus Versehen zu Ende puzzeln. Und deswegen kommt jetzt der spannende Moment. Jetzt. Sam, sind Sie hier? Er ist irgendwo gegangen. Ich bin irgendwo in einem Laborator. Er hat ein ganzes Video-System hier. Er kann alles aus diesem Ort operieren. Ich bin sehr Angst, dass er mich jetzt hören kann. Ich weiß nicht was, Sam. Bitte, bitte, ich raus hier. Ich liebe Sie. Ich wollte so viel für uns, dass wir Freunde sein können. Aber Sie schümmen Websen hinter mir, und lassen Sie mir keine Wahl. Ich muss aber auch sagen, dass ich ihr jetzt eigentlich gar nichts mehr von dem glaube, was sie sagt. Nö, nicht wirklich. Irgendwie... Denn sie soll ja schauspielern irgendwie für den Oskar. Das haben wir ja schon bei den letzten Kontaktaufnahmen herausgefunden. Genau. So. Gehen wir runter. Hier hat noch irgendwas... Ah! Heute wird ein wunderschöner Tag. Im Nachbardorf gibt es einen Bildhauer, der nur Lineal genannt wird. Lineal ist ein Genie. Seine Statuen wirken lebendig. Ich möchte auch so schöne Werke schaffen und meinen Lehrer aber treffen. Ich kann es in meiner Seele spüren. Okay. Äh, wir haben das Geweihe. Das können wir jetzt quasi an der Türe einsetzen, ne? Aber leider nur ein halbes. Ja? Da fehlt bestimmt noch das andere. Steht da nicht bei. Ich würde es ausprobieren. Okay. Ich wüsste auch nicht, was wir sonst noch hätten. Wir haben noch einen... Ah, den Schlüssel fürs Auto. Den können wir das noch eben machen. Watch out! If you scratch my car, I will scratch... You know who. Don't tempt fate. Aber cool, jetzt haben wir auch alle Kugeln zusammen. Da können wir gleich auch mal gucken. Echt? Mhm. Ah. Und es haben noch zwei Stücke gefehlt. Stimmt. Ein Puppenhausteil. Das war klar, dass ein Mann, der offensichtlich Minderwertigkeitskomplexe hat, dem Klischee nach natürlich auch so ein Auto fahren muss, ne? Klar. Okay, dann lohnt sich der Weg zurück jetzt. Ja, Gott sei Dank mal wieder. Auf, auf! Ich bin ja froh, dass die Sequenz nicht so lange dauert. Ja. Weil es nach wie vor cool gemacht ist, das muss man ja schon sagen. Äh, probieren wir erstmal das aus. Okay, es fehlt noch die Hälfte. Du hattest recht. Oh Gott. Ich hab ja... Ich hab immer irgendwie immer Angst vor Minispielen. Dass ich total versage. Ach, keine Angst. Ich bin doch bei dir. Ja. Oh Gott. Aha. Ähm. Das macht richtig viel Spaß. Weil das eigentlich geht. Ich schieb den zu vier drüber jetzt. Ja, ne? Dann zu acht. Und jetzt müsste man ja... Und dann kannst du den zu drei... Stimmt. Und dann zu eins. Ja, das ist auch wieder so Popelarbeit, auf die keiner Bock hat. Wobei, das ist eigentlich blöd, dass du jetzt erst die neun machen müssen, weil neun und eins ist die einzige Verbindung zu diesem hier. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist Pech. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Womit mach ich denn als nächstes am cleversten weiter? Ich würde halt erstmal die neun auf die neun schieben. Weil das ist der einzige Verbindungspunkt, das hier drüber ist. Hier rüber, da rüber, da rüber. Hm, die eins. Ja. Und das ist schon mal sehr gut. Äh, wo sind die zwei? Ist cleverer, das hier rüber zu machen, ne? Oder? Ja. Nicht. Offensichtlich nicht. Hätte ja sein können, da war ich jetzt etwas zu optimistisch. Pardon. Kein Problem. Ah. Das macht richtig viel Spaß. Ja. Ich würde jetzt tatsächlich, obwohl die sechs stimmt schon. Dann würde ich erst, dass es vielleicht die acht macht. Ach, guck mal, die fünf auch. Äh. Stimmt. Guck mal, dann stimmen die schon. Jetzt muss ich ja wieder umorientieren, aber das ist ja... Das ist nicht so schön. Ach ja. Stimmt. Nicht? Ich schieb ihn mal wieder hier auf die zwei. Du hast ja auch die Möglichkeit, hier unten lang zu gehen. Hier lang. Das heißt, ich wollte jetzt... Ich wollte auch... Ich hab nur... Falsch... Falsch guckt. Genau. Wir sitzen jetzt hier. Kein Problem. Machen wir das zwei. Ähm... Genau. Genau, das sehen wir nicht. Das ist nicht so schön. Weil das soll nicht... Aber da ist es nicht so schön. Und jetzt noch die kleinen... Ach ja, stimmt schon. Ich wusste irgendwas verfallen. Und dann kriegt man nur einen blöden Knopf, auf den man drücken kann. Ich, ey. Das zweite Geweih. Immerhin. Wenigstens liegen die Rätsel auch nah beieinander. Das finde ich bei manchen Spielen auch etwas ätzend, dass du erstmal durch alles... Das halbe Haus durchlaufen musst. Ich finde, du bist stolz auf dich selbst, nicht wahr? Aber ich habe viele mehr interessierte Dinge, die dich für dich erwartet haben. Anna wird bald auf dem Spielen, in ihrem ersten Akt. Nein, nein. Das ist nicht, was du denkst. Aber es wird sehr interessant sein. Ich versuche dir. Ich habe mich ja in Wimmelbildern immer gefragt. Ja? Wann die sich die Zeit nehmen, das alles aufzuschreiben. Ja, ne? Da wirst du hier mit Informationen vollgepumpt. Setz dich erstmal hin und schreibst alles auf. Ja, Risse in der Wand. Vielleicht gelange ich irgendwie in die obere Etage. Wann haben wir denn die Ölkanne aufgenommen, frage ich mich. Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Es wäre nicht schlau, in diese giftige Pfütze zu treten. Da liegt ein Mosaik-Stück auf der Couch. Ach, guck. Ich hätte jetzt gedacht, dass er sich weigert, das zu nehmen. Ich habe auch schon... Er hat mir auch schon zu sein, ne? Diese giftige Pfütze versperrt meinen Weg. Das wäre Wimmelbild-Logik gewesen. Wäre das wirklich? Dass ich so vom Hörensagen weiß, dass... Ich habe keine Ahnung, wofür wir dieses Holz-Mosaik brauchen. Vielleicht brauchen wir das am Ende irgendwie. Da ist noch was? Was ist denn da noch? Ach, wir haben ja immer noch die Münze, die uns fehlt. Stimmt. Hier fehlt uns auch noch was. Ach, da ist eine Wimmelbild-Szene. Gut zu wissen. Jetzt war ich irgendwie... Hä, das Zeichen kennst du noch gar nicht? Gut, dann machen wir erst mal das Wimmelbild. Hier, ne? Bisher hatten wir ja einen echten Lauf bei den Wimmelbildern. Das war ganz gut. Schon wieder das. Zieh an. Ich habe schon mal gewimmelt. Äh, der Fächer. Das Springseil. Äh, Lippenstift. Die Ballerina. Moment. Danke. Die Schlinge. Wattestäbchen. Und das Armband ist hier oben. Stimmt. Äh, ich habe doch gerade schon auf der Springseil geklickt. Bürstes. Das ist die Handtasche, das ist die Bürste. Äh, ein Handschuh. Dachte ich es mir doch. Und eine Wärmflasche. Kann man vielleicht die Schublade da noch... Ach, super. Die andere Schublade muss dazu sein. Ein Fächer. Was sollen wir denn jetzt mit diesem Fächer machen? Okay. Wollen wir ein Feuer machen? Sollen wir die giftige Pfütze jetzt wegfächern, oder was? Ich bin merkwürdig. Komm. Die Idee war da. Genau, hier ist die, äh... Hier fehlt noch was. Kippen war noch Öl drauf. Vielleicht geschieht ein Wunder und es löst sich auf. Ja. Chemische Reaktion. Hier ist ein Minispiel. Stimmt, da könnte das reinkommen. Ich erinnere mich, äh, hier diese Holzstücke könnten an der Tür, wo der... Also am Türbogen, der eingestürzt ist, da könnten die reinkommen. Ja, das kann sein. Ja, das könnte irgendwie passen, meine ich. Oder auch nicht. Nö. Hätte, hätte sein können. Also, ne? Die Idee war gut. Ja. Oh, leider nicht wüsste ich. Ach komm. Hier, hast du Öl. Hör auf zu husten. Hat jemand mal einen Hüstenbomber für den Armstern? Ich hab keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Da geht's offensichtlich noch weiter. Ach, richtig, das... Da waren wir ja gerade, da ist diese Giftpfütze. Ja. Äh, der ist noch Sehenswertes. Hier ist auch noch Sehenswertes. Ich bin mir nicht sicher, was mit Sehenswertes gemeint ist. Ähm, in dem einen haben wir halt noch die... Die sind Spielautomaten. Ach so, okay. Ich glaube, das sind... Genau. Da war noch irgendwo ein Minispiel auf dem anderen. Ja, das... Hier. Genau das. Das da, was wir gerade versucht haben. Mhm. Wo halt noch irgendwas fehlt. Hm. Ich weiß nicht, was da reinpassen könnte. Fegt doch mal drüber mit dem Besen. Gute Idee. Nichts passiert. Schade. Also da fehlt halt noch irgendwas. Ähm. Ja, wir haben ja eigentlich schon alles ausprobiert, was wir... ...dabei haben. Das hätte so schön da reinpassen können. Das klingelt auch immer so schön, wenn es nicht passt. Was machen wir denn mit diesem Besen? Äh. Stellen, an denen wir noch was machen können, können wir das... Wehe, dass es jetzt funktioniert. Dann... Okay. Ich bin gespannt, was du ausprobieren willst. Verrat's mir noch nicht. Ich möchte es mit eigenen Augen sehen. Ich bin mir nicht sicher. Das wäre fast schon zu einfach. Ich möchte die einfachste Lösung. Genau richtig. Meinst du? Genau das habe ich mir gerade überlegt. Man kann ja auch mit dem Besen einfach mal so durchwischen. Es ist ja auch ein Mob. Ja. Und dann... Und dann... Okay. Ich habe ihn ein guter, mit seiner Mutter gedraben. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Ich habe mein Kind. Ich hatte mich inreξbar. Ich war ganz glücklich. Ich hatte mich so recht viel gekriegt. Das ist der Freude. Ich habe zu erinnern, dass nur eine frösische, wunderschöne困isse kann euch das niemals schreckt. Und das schmerz ist alles, was benötet. Das scheint auch alles sehr plausibel, alles ein bisschen klischeehaft, aber es sieht irgendwie schön aus. Hier ist Wasser. Ich komme nicht heran. Okay, wir müssen einen Wasserhahn finden. Da geht's lang. Die Maske haben wir auf jeden Fall für den Anfang, aber später ist es mal weiter. Auch schön. Voldemort? Es ist Nagini. Oh, jetzt basteln wir uns auch noch ein Puppenhaus zusammen, das ist ja schön. Hattest du viel ein Puppenhaus? Ich hatte so ein Barbie-Haus. Das hatte ich auch, aber ich hatte auch ein Puppenhaus. Ich glaube, ich hatte auch eins von meiner Mama. So ein richtig schönes, altes. Das geht jetzt so rein. Ich meine auch, ich bin mir aber nicht sicher. Im Nachhinein ist das ein bisschen creepy mit Puppenhäusern, oder? Ja, aber das... Ich wollte gerade sagen, irgendwann hat man auch einfach zu viele Horrorfilme geguckt. Aber früher fand ich das super. Ja. Was wird uns hinter dieser Tür erwarten? Schau, wie schön. Oh Gott. Ein... Butter? Butter? Noch so ein Holz-Dings. Super. Okay. Äh, okay. Ich muss erst mal den... Ach, der Fächer habe ich schon. Na, dann muss man bestimmt noch einen. Ich wollte gerade sagen, dann fehlt... Eher nicht? Was? Hä? Jetzt mach keinen Scheiß. Ich wollte gerade sagen, also, denen fehlt uns, glaube ich, nur noch einer. Das war doch obvious. Äh, dann nur noch hier. Hinein. Hinein. Auch schön. Und das sieht nach Puppenhaus aus. Was ist das? Du hast... Ein Rätselteil. Ein Rätselteil. Das ist sehr präzise. Erstmal generell umgucken. Okay, nicht rauchen. Und auch dazu noch kein Pfeil mehr. Das ist ja langweilig. Sieht wie das Fumbament für ein Spielzeughaus aus. Bist du schön? Bitte. Wie? Ein anderes... Ein anderes Teil aufsetzen. Ihr nehmt das da. Wahrscheinlich ist da noch ein erster Stock, der fehlt. Also, dass du das Dach durchsetzen kannst. Das ist irgendwie... Nichts passiert. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich früher auch ein Puppenhaus hatte, aber das hatte keine coolen Knöpfe, die Wii U gemacht haben. Ja. Schweres Schicksal. Ja. Rätselteil. Hä? Blumenmädchen. Balkon. Hä? Das Rätselteil müssen wir bestimmt jetzt irgendwo einsetzen. Ja, aber wo? Warum ist hier... Ach, ein Wimmelbild. Wir haben ein Wimmelbild. Ja, mein Wimmelbild. Wahnsinn. Gehen wir erstmal raus. Oh Gott. Ja. Und bevor wir das Wimmelbild machen, ist wie immer auf Folgenende hier Spannungsbogen. Wie immer muss der Spannungsbogen aufrecht erhalten werden. Von daher bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.